Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Und ja, wir haben jetzt in der letzten Folge mehr uns um Farben gekümmert, damit das Schiff hier ein bisschen bunter wird. Okay, wohl eher düsterer als bunt, aber naja. Aber wir haben jetzt auch die Farben Blau und Weiß ein bisschen mit dazu geholt, die wir eigentlich gar nicht so direkt brauchen, aber vielleicht auch doch irgendwann. So, die lagern wir aber auch hier ein. Wir brauchen hauptsächlich Schwarz und Rot. Die müssten jetzt fertig sein. Die haben wir vergessen zu wässern. So, also und auch noch rein. Dann können wir die schon mal unten fertig machen. Oh, und die weiße Farbe ist auch schon fertig. So. Dann können wir das auch schon mal wieder hier einlagern, die weiße Farbe. Und... Den Rest, den brauchen wir eigentlich nicht. Ja, nicht. Wieso gehe ich jetzt wieder nach unten? Wollte eigentlich nach oben. Damit ich die hier wegschmeißen kann. Ah, warte, mir fällt gerade ein. Wir wollten ja die ganzen Barren auch nochmal, also die Rohbahn hier, einschmelzen. So. Und das auch noch wieder hier einlagern. Und wir wollten auch mal schauen, was wir noch eigentlich... Genau, wir wollten auch die Dinger hier wieder machen. Wir brauchen explosives Pulver. Wir müssen wieder diese Wüsteninseln finden. Wir brauchen sehr viel explosives Pulver. Und die kriegen wir nur auf... Äh... Wie hieß die eine Insel? Äh... Caravan Town, genau. Und jetzt haben wir auch wieder Hunger, wie ich sehe. So, da haben wir die Kartoffeln. Gönnen wir uns jetzt mal, bis wir satt sind. So, und den Rest wieder hier rein. Die Samen muss... Ah ja, genau, die haben wir hier richtig. Die sind hier richtig. Und dann für die Küche wollten wir ja besseres Equipment holen. So, wo waren das? War das hier, oder? Hier war das er. Hier. Ah, okay. Für den Suppentopf. Äh, nein. Falsche Tour. Okay, erst einmal... So, und dann können wir den Topf jetzt bauen. Okay. Das scheint doch größer zu sein, als ich erwartet hatte. Aber dann machen wir den hier mal weg. Ähm... Hier haben wir die Suppen. Okay. Die hängen wir dann mal hier hin. Aber ich denke, die werden alle so hoch sein. So, Pi mal Daumen. So, was haben wir hier noch? Entsaffter? Ähm... Wir haben die Dinger nicht mehr. Okay. Das heißt, die müssen wir wieder herstellen. Und was brauchen wir dafür? Für die Leiterplatte nochmal. Okay. Alles klar. Ich weiß, was zu tun ist. Wird jetzt ein Weilchen dauern, aber... Nja. Bleibt uns nichts anderes über. Den können wir... Komm, den lassen wir aber trotzdem noch da. Den lassen wir mal hier. Der kann hier bleiben. Und dann kommt hier ein Safter hin. Wer weiß, vielleicht muss ich hier auch einen Tisch entstellen. So, die sind auch schon so weit. So. Nochmal die roten Samen. Die sind fertig. Nice. Und die müssen auch nochmal rein. So, Sekundärfarbe nochmal. Und dann nach oben. Ah, okay. Schwarz muss noch erstmal fertig werden. Ja. Abwarten, bis Schwarz fertig ist. Aber dann können wir das alles einsammeln. Ich muss eben kurz die Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. So hat er einen Moment gebraucht. Weil das doch schon sehr laut war in meinen Ohren. Obwohl es hier bei OBS immer noch für euch leiser ist als meine Stimme. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Toll. Die Farbe müsste jetzt fertig sein. Dann lass der rein. Achso. Den haben wir jetzt. Und den hier auch. Nice. Das wird. Den kann ich nicht umfärben. Okay. Schade. Das wäre schön gewesen. So. Das war's jetzt. Wie würde das hier aussehen? Kann ich jetzt nicht gucken. Gerade. Aber wir können jetzt ins Bett gehen. So. Dann müssten die jetzt auch schon wieder gewachsen sein. Ja. Die sind gewachsen. Dann müssen wir die nochmal tauschen. Hier kommt Schwarz. Da kommt Rot. Jetzt brauchen wir wieder Wasser. Und unten nochmal mit der Farbe hinterher. So. So. Da sind die Blumen. Und die hier. Also und Wasser müssen wir auch nochmal nachholen. und dann kommen die Bowen. Nee. Die Richtung. Kleine Insel. Die wollen wir nicht. Wir können den Metallbaden eben noch einlagern. beziehungsweise hier müssen noch ein Metallbaden fertig sein genau so, dann hier kann das jetzt mal hier rein aber die beiden tauschen mal beziehungsweise die tauschen alle mal die Position genau, jetzt haben wir zwei jetzt fehlt noch Kunststoff und Kletterpflanzenklipper für die Leiterplatte so ist der fertig nein, ist er noch nicht komm, werd fertig ja, fertig so, dann können wir jetzt noch mal trinken alter, wie viel Durst wir haben die sind noch nicht fertig aber unten müsste die Farbe schon fertig sein so, und der hier noch mal rein wie wird, ok, Türen machen keinen Sinn wie sieht es mit den äh mit den Dingern aus macht keinen Sinn die würde noch Sinn machen aber die gar nicht wir müssen hier noch zu Ende machen also das hier nice und hier hinten noch so, fehlt noch irgendwas oh, den können wir auch so färben oder den den würde ich andersrum machen wollen ok, krass, was wir alles hier färben können können wir den auch färben interessant, auf jeden Fall aber auch krass, wie wenig Rot wir eigentlich brauchen aber auch krass, wie wenig Rot wir eigentlich brauchen ich glaube, wir haben kein Schwarz mehr aber wir können jetzt mal die Leiterplatte machen also müssen wir hier hin so und dann hier den Smoothie Mixer hier da Bolzen und Kletterpflanzen die müssen auch schon soweit sein die müssen auch schon soweit sein die müssen auch schon soweit sein ok, die sind hier wir brauchen einen Bolzen so Schrott können wir auch mal umlagern hier hin aus dem machen wir ja, ein bisschen kleiner dann brauchen wir so einen Bolzen haben wir hier das haben wir Blanken haben wir mehr als genug dann müssen wir mal schauen wie wir hier jetzt endlich kochen wie das mit dem Kochen funktioniert ah, das ist alles für den Topf ok können wir alle im Topf machen so, wie sieht's aus? so, ich glaube, die packen wir auch lieber hier hin dann nehmen wir die nochmal so einmal die nochmal einpflanzen die Dinger noch einmal einpflanzen nach unten hin Farbe holen aber rot werden wir weniger brauchen yo alles klar, was können wir jetzt einlagern? ne, den Bolzen brauchen wir ähm hier können wir nichts von einlagern das können wir einlagern das können wir einlagern die Seide haben wir voll Plastik Plastik können wir die Mangos können wir die Rübe können wir den können wir gleich mal trinken mhm, was können wir noch? alles andere kann weg so weg damit weg damit schnell nochmal die Farbe holen dann brauchen wir das irgendwann auch nicht mehr sobald wir hier alles gefärbt haben so, aber was fehlt denn noch zum Färben? genau hier vielleicht so, gefällt mir mehr und jetzt müssen wir hier einmal umtauschen ok ah, hier die Dinger müssen noch so, was fehlt denn noch? da oben da müssen wir auch noch das alles muss noch mitgefärbt werden ah, das wird nicht reichen einmal noch hier boah, ich dachte schon ich dachte gerade kurz es sei vorbei mit mir das sind vier das sind auch vier okay okay hatte kurz gedacht so, wie sieht es hier jetzt aus? so gleich haben wir alles und dann schauen wir mal wie das dann hier gleich aussehen wird ich glaube den Safter können wir vielleicht sogar auch hier hin packen weil das ist dann eher so ein etwas höher stehender Bereich dann können wir da eher so einen Kühlschrank oder sowas hinstellen dann packen wir den Safter unser Lebensmittelschrank wenn das ein bisschen höherer ist dann packen wir den doch woanders hin aber jetzt können wir erst einmal hier und die Sekundärfarbe mal weg äh äh ah, okay hierfür brauchen wir auch ein bisschen schwarz also das wäre reines Rot hier wie wir das machen würden sehr sogar besser aus finde ich komm, hier machen wir das in diesem reinen Rot wenn wir rankommen so hier haben wir keinen okay so das was wir schwarz gemacht hatten hier einmal retten top so dann haben wir hier nochmal die ganze Farbe und dann machen wir nochmal ein bisschen schwarz und ein bisschen rot wir brauchen aber auch bald wieder eine neue Batterie weil wir jetzt gar keine Batterie haben dann wird es zur nächsten Insel kommen oder gibt es eine andere Art von Batterie vielleicht noch irgendwie irgendwo wo soll denn das sein ne, wir haben nur die einfache Batterie okay, dann bleiben wir erstmal beim Entsafter dann müsste ich jetzt aber auch schon fertig sein da unten ach, komm so nice jetzt haben wir alles Entsafter ah okay ist schon so ein Ding ah okay wir haben gerade keinen Platz aber ich sehe auch nichts dann gehen wir erstmal schlafen so sorry habe eben noch einen Schluck getrunken jetzt wird es ein bisschen heller das heißt das einmal kurz weg und das auch nochmal kurz weg dann den Entsafter zuerst okay ah der braucht sogar eine Batterie dann hier kommt das Ding und hier zu guter Letzt noch der Grill kaum noch ein bisschen so so das ist die Küche das ist die Küche für alles was dabei jetzt brauchen wir hier nur noch Licht wir müssten eigentlich genug haben um Licht zu bauen oder? hä? wieso habe ich Leder genommen? hab doch das hier ausgewählt so Licht haben wir unter Deko, ne? genau haben wir sogar dreimal Licht dreimal Licht das ist gut machen wir machen wir einen warte mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben okay dann machen wir das exakt hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen höher so nice so dann müssen wir ich habe eine Idee für da oben auch wer hier Aussicht hält braucht auch bestimmte Lichter der kriegt hier eine einfach mal wer auch immer hier oben sein wird meistens ich der darf auch mal was zu sehen bekommen so die Blumen sind auch schon wieder fertig hier haben wir nichts nachgeschmissen so erst mal das und dann wieder die und so dann brauchen wir das nochmal komm ich brauche Wasser so dann hier auch nochmal die Samen rein so dann erst mal unten die ganzen Zwischendinger hier komm ich will jetzt mich nicht vermahlen nur weil das Schiff wackelt und hier bitte 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 nicht nicht daneben nicht daneben so dann kann ich hier noch mal weiter streichen und dahin dann müsste komm wir müssten hier unten jetzt nochmal toll ich bin halt verungern hier die gekochten Kartoffeln so mache ich jetzt erst mal mit schwarz oben und dann wieder unten okay das wird langsam so dann gehen wir wieder auf dieses rot ganz unten so hier und hier so ach so ich habe vergessen die die Blumen hier noch reizt da so was wollten wir jetzt noch machen wir wollten irgendwas noch bauen genau eine Batterie was brauchen wir für die Batterie wo waren die hier rot Kunststoff und ein Kupferbarn wie viel Schrott haben wir wir brauchen einen Kupferbarn wir haben keinen Schrott nix Schrott und Holz haben wir auch hier ohne Ende also das können wir auch schon mal hier hinpacken ich hoffe hier haben wir jetzt irgendwie ein bisschen Schrott dabei eine Kiste oder so wo bleibt merken die großen Inseln jetzt das würde ich gerne wissen wir haben oben eine vergessen einen Zaun schwarz-rot zu machen fällt mir gerade ein ja ich weiß Batterie benötigt die bauen wir jetzt aber ich sehe wir sind gerade schon bei einer halben Stunde dann würde ich sagen dass mit der Batterie kümmern wir uns in der nächsten Folge vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer Max Deos und tschau bis zum bis zum bis zum bis zum Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020